Servus, wir wünschen alle Fans und Sponsoren der Tälzer Lüben frohe Weihnachten und einen schönen Feiertag. Und da kommt vielleicht noch ein Stadion, wenn ihr zeiratet und eine schöne Zeit. Also an alle Lüben-Fans, frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr unterstützt uns alle dann gegen eine schöne Heide. Mit der Weihnachtsgans im Morgen kommen wir auch an die Tälzer Lüben zuschauen. Liebe Sponsoren und Fans, von mir auch schöne Weihnachten an euch. Das war auch ein gutes neues Jahr, rutscht es gut um mich und besucht das Stadion auch wieder so gut wie jetzt im Spiel. Und auf ein gutes Jahr 2016. Liebe Fans, mir wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest, sinnliche Tage und Spaß in der Kirche. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachten und wir hoffen, wir sehen uns beim Spiel gegen Schöneide. Und auf den nächsten Tag. Ich möchte euch an den Karten wünschen euch ein frohes Weihnachten und so ein frohes Weihnachten. Mit vielen Freunden, ganz kleinen Zutaten für die Kinder. Und wir werden euch sehen, dass euch noch mehr am Spiel und Happy New Year. Und Happy New Year. Ja, Freunde. Also, danke. Tschüss, liebe Grüße zu dir.